tja aufs dach auf und zählungs benutzen bei akims grill wen potrenner fahren seit ich denken kann aber etwas an diesen fahnenmasten ist verdächtig ich merke sofort wenn etwas verdächtig ist man nennt mich auch mister verdächtig moment mal das ist ein verdächtiger spitzen ja nur ein paar nebenkost hier ja kommt ja auch nicht mehr warum auch immer wenn du zwei verschießt dann aber das klappt jetzt haben wir hier Aha, die Minge. Nicht die Minge, das ist das an's. Ich hab jetzt was. Gehen wir jetzt, fangen bitte. Oh weia. So. Äh, wir müssen noch eine Chance, dass wir die jetzt finden. Tja. Haben wir jetzt eine Box? Vielleicht füllen wir die durch Zufall irgendwie. Tja. Ähm. Was gibt's da oben, was zu sehen ist? So. Tja. Boah. Hier haben wir noch einen, der reden kann. Hey, mal langsam. So würde ich es nicht nennen. Ich nenne sie unfreiwillige Freiwillige. Äh, ja. So, was wir jetzt mal machen müssen. Okay, was haben wir hier? Ach so, hier die, die Dinger. Ja. Endlich haben wir sie gefunden. Wo sind wir jetzt hin? Ich hatte dich schon. Oh. 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 Ja, da miedo, da sehe ich doch fäden. Zwei von fünf. Der dritte war doch auch hier schon langw fragr. Oder nicht. Ey, 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 ich bin ja kaum. Wo ist der Kollege? Mit Sicherheit. Ich finde, was sie finden. Wo ist denn der Druid jetzt hin? Hier sind die Jawas los. Ich glaube, die jetzt alle zu jagen, es wird jetzt... Es wird ein längeres Spiel. Tja, was ich auf jeden Fall machen wollte, ist... Ich würde hier mal die Charaktere kaufen. Würde ich hier mal gerne durch die Klassen durchgehen und mal... In so wertvoll verdientes Geld mal ausgeben. Und damit mal... Der Baden-Yedi. Da können sie... Okay, da können wir noch nicht kaufen, wenn ich das jetzt hier... Was können wir denn überhaupt hier kaufen? Wenn ich das hier... Wenn ich das hier... Jetzt könnte man ihn kaufen. Ich muss das hier noch ein bisschen eine Karte haben, ich muss das erstmal noch ein bisschen rausfinden. Ja, ihn können wir durchkaufen. Lea Training. Sorry. Eine Karte kaufen, sehr schön. Lea Training. Okay, haben wir die noch nicht? Oh. 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 Äh. so drei interessant kaputze und ohne kaputze ben solo okay das mal interessant interessant dann haben wir ja dann mal bitte schon wenn wir hier die twist und haben wir schon freigeschaltet jetzt ist dann der drängung aufzusehen von luke haben jetzt einige jetzt richtig kann man da noch einen freischalten varianten luke of endo luke endo favoriten ja mal luke training rückblender das haben wir noch nicht gekauft jetzt können wir ich merke es mir nie das hier und trainiert dann da wir nicht kaufen haben wir den schon ja das ist ja großartig episode 6 jetzt haben wir den Endo, Endo Luke, Luke als Crates und hier haben wir Luke als Rückblender, die kann man nicht kaufen oder? Interessant Geht an meine Wien, die müssen eigentlich, daran müsste es nicht liegen Hier noch Kraigung die waren doch zwei okay weil es bei den helden und bei den schrottsammlern hat es die kunden mit der bei manchen episoden diese das netzding ist nicht mehr machen weil sie nicht mehr das so war war dann okay muss noch einige freischalten bei den helden wenn du kannst du nicht freischalten da haben wir schon mal freigeschaltet bale organa und joker mann kaufen der gletscherkommie von cinta ok woher kennt man den kommt mir persönlich unbekannt vor ok hier haben wir Captain Antinus, Captain Tarplus, also das sind die Chargers, Captain Typ 4, Commander Cody, der ist sehr bekannt, von der Green, General Lea Organa, Finn, General Weacon, was ist mit der, was können wir die kaufen, müssen wir es kaufen, okay, seltsam die müssen wir in einer Version kaufen, ok, oder auch nicht, die können wir kaufen, Zipper Großgewand, Verband Lea, Schwarzgewand, jetzt haben wir alle Lea, wer Zoom Ah, sie haben hier Jenner, von Episode 9, Klonsoldat, können wir hier, für verschiedene Klonsoldat, okay, wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber auch gut, haben wir ausgewählt, um noch etwas freizuschalten, um noch etwas freizuschalten, haben wir das nicht gerade schon gekauft, seltsam, hier haben wir hier auch in verschiedenen Varianten, Pratsma, schade es hier nicht den, den alten, hier gibt es den, den hier, den Mann hier, den, den alten Sack aus der Episode, aus Episode 1, glaube ich, der hat gesagt, ich bin Prinzessin, aber wir waren in Gegend aus Episode 1, was haben wir hier zu kaufen, oder auch nicht? Ah, ja, Sieht, der Piero seift im Hintergrund, dann haben wir dann beide Schrott sammeln, hier, einen Taskenweiber können wir kaufen, sehr schön, erstmal mit der Steuerung klarkommen, den Schurken, den haben wir da noch, das geht ja nicht, das, 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 Hans Soto hier, Hans Soto, da brauchen wir nicht alle Charaktere, die möglich sind, die haben wir noch nicht gefunden, oder wie? Die können wir gerade nicht spielen. Und dann, du Graschen, der Alte. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, so viele haben wir. Eine dunkle Seite, muss natürlich mal nachgucken. Ganz wichtig. Anakin angekult. Okay. Count Doku. 200.000. 100.000. Natürlich. Dark Way haben wir schon. Ein paar Prozent von meiner Haupt. Schön und gut, aber hier müssen wir natürlich Darth Maul. Das müssen wir natürlich kaufen. Und einmal ohne Umwand. Dank. Das ist ja der wichtigste. Dark Way hat noch eine Variante. Dies wird ein denkwürdiger Tag. Dark Way hat Varianten. Müssen wir gucken. Ah ja, Dark Way der Lebenstag. Und immer ohne Masse. Ohne. Die müssen wir noch kaufen. Ohne. Ohne Helm. Sehr wichtig. Imperator Klon. Ach so, der Imperator aus dem. Ah ja, es ist ja im Prinzip das gleiche. Imperator. Aus der Original Trilogie und Imperator aus Teil 9. Nein. Ah. Nee. Papusin vernarbt. Papusin Senator. Papusin Kastler Grau. Kastler Rot. Den brauchen wir. Kanzler Rot. Sehr gut. Ohne. 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 Ähm. 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 Was? Das Spiel ist abgestürzt. Beim Kauf von Papatien. WTF? Das Spiel hat sich gelangweilt. Krass. Ja. Die haben freiespielle müssen wir ja so weit, dass wir können. Ich brauche jemanden, der mein Platz in all dem zeigt. Dürfen wir mal jetzt? Spielstand beschädigt. Wahrscheinlich. Ich bin der Fall. Hier ist der Fall. Ich bin der Fall. Kaffmoll haben wir jetzt. Den haben wir jetzt noch nicht gekauft. Kanzler Roth mit Leserschwert. Besteht unser Budget da unten, eine Million haben wir noch, oder haben wir schon vier ausgegeben. Wir hatten vorher fast vier Millionen. KeloN, brauchen wir davon, brauchen wir den. KeloN ohne, 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 den brauchen wir, ohne Oberteil. Das wichtigste. Sexy Kelo. Kelo ohne Helm, na. Verhalt mal. Der ist noch gut. Snow kann man noch nicht freigeschaltet. Wer ist eigentlich sie? Äh, okay. Auch schön, aber... Oh, mit blauem Leserschwert noch. Hat der Gabeln, oder was? Ach. Oh. Guck mal. Jawoll. Oh. Sieht? Oh, der Gabel. Das letzte Schwert von Dark Ray finde ich immer noch gut. Jetzt kann man das oder auch nicht. Ich verstehe jetzt die Karte aus, weil der Ding ist immer noch nicht so ganz. Ich will nicht tauschen. Ich will... Eine Fräse. Nein, hier, das will ich machen. Oh, schade. Der hat nur ein... Der hat nur so ein... Das heißt hier nur, aber... Der hat so ein... Der hat... Der Darth Maul Laser Schreck bekommen. Der hatte doch so ein... Der hat doch so ein geknicktes Ding. Der hat so ein... Der hat so ein... darf man das der beste so was haben wir noch mit garantieren waren schon wenn ich trotzdem dann dann müsste ja ja war okay die können wir noch nicht schade schalte ich den jahr war kopf geht jeder die klasse brauchen wir dringend 500.000 was soll jetzt gekauft das ist wichtig was haben wir hier General Hux, General Requevious, den brauchen wir, los, erster Ordnung, ok, Tarkin, hier sind die Rützer von Rennen, ein roter Zift-Truppler, irgendwie auch großartig, es geht nur das gleiche Geld, alle, und hier bei anderen noch was, was gut ist, Jaber der Hutze, kann man nicht kaufen, ist zu teuer, den Rangok, den können wir uns noch kaufen, wenn wir grünes Geld haben, Blut, Elz, Anzumlu, Carbonit, Elf, Maus, Interesse, Haus, würde ich gerne mal spielen, ok, das ist nicht schlecht, Anzumlu, Carbonit, Spielzeril, der zählt doch das andere, was kann der dann, wenn der andere ist, der kann eigentlich erstmal gar nichts, nicht schlecht, irgendwie mussten sie ja die Charaktere vollkriegen, jetzt würde ich mal gerne was ausprobieren, jetzt muss ich mal was machen, ich glaube, bei Bösewichten war er, und er muss getauscht werden, ihr wisst schon, dass ich vorhabe, ja, das wahrscheinlich schon, immer noch einen Jungen, hier haben wir den, und wie war denn, Episode 2, Episode 3, Episode 2, wo der kam, oder, und da bin ich so ein Teil, Hallo, wie geht's denn so? Genau, das wollte ich, wie geht's denn so, Ketschel und Knowi, sehr schön, bestes Team, die haben nicht auch verschiedene, die haben verschiedene Reaktionen drauf, wenn du die Charaktere recht, gemeinsam spielst, das ist großartig, das bestimmt auch geht, und wenn wir hier mal, spiele gerade ein bisschen rum, der an dem muss spielen, ähm, und die Flächen ausgewählt, und die Flächen ausgewählt, die Flächen ausgewählt, nicht nur, die Fläche ausgewählt, und die Flächen ausgewählt, generell zu schade wieder keine nichts schwerter bis mehr 10 krebs kämpft nicht mit lichtschwetter sondern mit weit weiter hierfür bei den biswichten ist hat er keine es wird damit ich jetzt da bin ich aber enttäuscht bis zum nächsten Mal Vielen Dank.